Ich hab ja in Paris bei allen Teutors hier einen Sekt verpässt, hier einen Grün-Sekt. Aber bei dir passiert das jetzt in der Küche. Da bist du schon traurig jetzt. Jemand sieht das einmal, das ist egal. Ich hab das immer mit Senf gesehen. Und da kann ich noch mehr drauf, oder? Leise. Leise. Das bleibt am Tisch auf jeden Fall. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017